Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem Silvester-Vlog 2021 aus Berlin. Und den Tag leiten wir jetzt ein mit einer fetten Rauchaktion. Let's fucking go! Let's go! Grüße gehen dann alle raus da oben. Frauen und Feuerwerk, geht das gut? Immer! Alter! So Leute, kurze Ansage. Ich werde für den Vlog jetzt hier einzelne Artikel vom Berg aus zünden für euch. Ich werde aber nochmal ein extra Video hochladen, wo meine Freundin die ganze Zeit die Kamera laufen lässt und die ganze Stimmung aufnimmt. Und das kommt dann extra nochmal nach dem Vlog online in den nächsten Tagen. Leute, freut euch darauf auf jeden Fall. nochmal pure Stimmung und hier die einzelnen Artikel, die wir zünden im Vlog. Salud-Rakete von Funke. 10 Flashbangs oder knapp 10 Flashbangs auf einmal. Kriegst du hin? Nein. Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dann fahre ich von rechts an. Was soll ich machen? Ich stelle mit rechts an. Ey, der Rauch geht ja genau zu mir. So, jetzt viermal Gigant-Rakete von Funke. F3-Raketen. Let's go. Juhu. Das geht doch mal mehr ab. Die machen Spaß, Leute. Jetzt die Triller-Raketen. Vier Stück. So, und im Vergleich jetzt die Triller-Raketen. Die sollen ja mit den Sirenen-Raketen vergleichbar sein. Bin ich sehr gespannt. Mach mal auf. Das erste Mal, dass ich die jetzt sehe. Und von der Größe her, auf jeden Fall würde ich sagen, identisch. Wie die Sirenen-Raketen. Hau mal rein. Geil. Also die Sirene ist sehr, sehr strong. Und ich habe die Sirenen-Raketen leider nicht mehr im Kopf, wie die genau sind. Aber ich finde, die kommen schon gut dran. Da müssen wir aber nochmal was im Dunklen machen. Geil. So, und jetzt haben wir hier was ganz schönes vorbereitet. Mit Scree Rocket 3. F3. Mal, allein. Mal. 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 Wir haben hier das 7 Schuss BKS Batterie oder wie auch immer man die nennen möchte. 7 Schuss Salutschläge Aufschlag, 20 Euro habe ich für das Ding hingeblättert und ich hoffe die lohnen sich. Die wollen nicht! 8. 4. 5. 4. 6. 10. 10. 10. 11. 11. 12. Auf geht's! Jetzt geht's hier los! Okay, er hat gewonnen! Aber die Stimmung ist bombastisch. Wir haben schon so geile Aufnahmen für den Vlog. Ich meinte, wir haben so schöne Aufnahmen schon für das Einzel-Extra-Video. Stimmung vom Berg aus Berlin. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. So Leute, wir haben jetzt hier eine fette Bengalo-Strobo-Aktion geplant. Mit über 20 Bengalo's. Let's go! Das geht so ab hier. Freut euch auf das Stimmungsvideo. Unbeschreiblich hier. Auf geht's, Alter! Ich bin hierher! Geil! Silvester 2021! So jetzt einmal Leslie Palms und Leslie Gold vom Berg. Hier kommt der Wind mal richtig gut rüber. Das ist heftig heute leider. So Leute, der Wind und Regen wird leider immer stärker. Und wir überlegen jetzt doch lieber runter zwischen die Blöcke zu gehen, wo es ein bisschen windstiller ist wenigstens. Weil es wird langsam richtig unangenehm. So Leute, ich muss aufpassen wegen meiner Kamera. Es schüttet in Strömen. Wir beschließen jetzt das 18 Uhr Feuerwerk zu verschieben. Wir werden trotzdem zusammen den Countdown jetzt hier abwarten und schauen was hier so abgeht in Berlin Marzahn. Aber leider macht es keinen Sinn jetzt hier unser Feuerwerk zu zünden. Weil sobald ich hochfilme, kommen die Tropfen auf die Linse. Und es macht keinen Sinn. Halbe Minute noch. Was hat Marzahn zu bieten? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Let's go Marzahn! Ja, Moin! So Leute, wir sind nochmal zu einer neuen Location gefahren, wo ich gleich hier unterm Dach ein bisschen filmen kann. Wir sind immer noch in Marzahn. Gleich geht es nach Hohensch... Deine Orgel, oder? Und jetzt antworten. Jetzt müssen wir antworten, Leute. Und zwar haben wir jetzt hier im Angebot Blaublink Brokat von Funke, 30mm. Nächste Batterie, 30mm Flory von Argento. Nächste Batterie, Fächerbatterie, 25mm Dylenblinker Z1. Nächste Batterie, Funke F3. Gigant Collor, 718g, 38mm, Leute. Diese Batterien werden jetzt für euch in Marzahn. Für den Vlogballern, Leute. Jetzt schon mal Daumen hoch für diese Stimmung hier. Was geht hier eigentlich ab? Was geht hier ab, Alter? So, als erstes Blaublink Brokat, 30mm. Ja, das ist ein Kilometer. Wuuuuhh! WOOOOO! JAWAAL! Pfeif mich ein! Pfeif mich zu! Und jetzt die F3! Pfeif mich zu! Pfeif mich zu! So Leute, 20.30 Uhr und wir sind in Ritz, Hohenschönhausen und machen jetzt für euch eine schöne Rakete für den Glock. F2! Let's go! High Speed, zünd den Knaller! Pfeif mich zu! So, wir testen jetzt für euch, für den Glock und für mich, weil ich habe die noch nie live gesehen. Bang & Scream von Nico! Let's go! So, jetzt die gelbe! Wow! Geil! Okay! Das ist Technico! Auf jeden Fall! Ihr hört den Meister sprechen! Schöner Effekt! So, und jetzt nochmal zwei Scream-Raketen! Geile Aufnahmen! Geile Aufnahmen! Geile Aufnahmen! Für mich! Ja, ich mache den Moment! Ja! Geile Aufnahmen! Lecker aufnehmen! Wohisch! Alle Feuerfalke auf einmal. Alle Feuerfalke auf einmal. Alle auf einmal. Ihr kennt das. Geil. Ungegoldraketen. Sirenenraketen versus Trillerraketen von Funke. Mal schauen, wer gewinnt. Alle auf einmal. Das ist komplett andere. Die Tränen sind hier von den Tränen. Man sieht genau welche welches. Springteufel 1 von Funke. Grüße gehen raus an den Funke. Oh Gott. Guck mal nochmal hier. Stark verschmiert es nämlich. So ist es besser. Nein, es ist besser geworden. Ja. Let's go Junge! Oh oh! Oh mein Gott! Was? Achtung! Scheiße! Was haben wir hier? Ich fand es echt nicht fehlen. Azuro? Azuro Vulkan. Schweizer Bugano Vulkan. Okay. Oh man das schöne Ding. So. So! So. 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 So Leute, wir haben jetzt hier 50 Moskitos für den Vlog, Achtung aufgepasst! So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Hinterhof in Hellersdorf, Grüße an alle aus Hellersdorf und wir machen jetzt gleich eine richtig fette Batterie zwischen den Vlogs. Jorges Show of Fireworks, 30mm, 36 Schuss für NEM, 720! Bee lovers, no crime! Bee lovers, no crime! Zünd an den Knaller! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So Leute, wir machen jetzt auf dem Hinterhof das 18 Uhr Feuerwerk. Wir holen es für euch nach mit der Funkenweide Violett 1.3G und direkt im Anschluss, wie letztes Jahr, während die Funkenweide noch schießt, hauen wir hier die Green Goblin hoch. 1.7kg NEM Leute! So, seid ihr bereit? Seid noch abreißen, fliegen wir jetzt ja dazwischen. Nö, ist egal. Nö, ist egal. Ja. Go! Das ist jetzt nicht der Nummer Montage. Er fandet laut! Bro, was ist da los? Hey, Digga, ich habe dir doch den Pyrobrenner gegeben. Jetzt entspann dich mal da oben. Wir haben Silvester und keine Macke. Auf geht's jetzt hier. Falsch rum. Falsch rum. Ja! Die Zaloude! JETZT! Jetzt aber! Bitterlich! Ich hab gar nicht drauf! Alter Junge! Was? Wir sind so ein... Frohen Funkenflug da oben! Diese Lunte! Das ist doch keine Alfa! Aber die fliegt lange! Die fliegt lange! Ich hoffe nur die fliegt überhaupt! Mein Vater hat schon eine gezündet und die fliegt wohl ziemlich lange! Wie viel hat die M&M? 190 Gramm! Welche Marke? Tropic! Tropic Stellar! Die hätten was schräger schießen müssen! Sieber Cracker! Violett! Das ist aber auch F3, oder? Ne, das dürfte doch F2 sein, glaube ich! Ne, 53 Gramm! Ja, F3! Auf geht's! Ok, kommen wir raus, wieviel Millimeter? 30! Drei Schuss auf Schlag! NER! F2, Sigi! F2? Mhm! Geweilen! Boah! Der Schein! Junge! Ich muss erst alles anmachen! Guck mal! Ich bin nächstes Jahr! Der ist noch zu verkaufen hier mit dem Original! Das Original im Beko 90er Jahre Logo! Sogar noch mit Etikett! Ja, der ist nahelneu! Aus der Natur! Könnte man auch für nächstes Jahr noch aufgeben! So Leute, es ist 21 Uhr 59 und die Corolla Blue steht mitten auf der Kreuzung hier und die werden wir jetzt entzünden! 2,5 Kilo NEM 40 Sekunden 100 Schuss schon fertig verleitet! Für den Vlog! 5, 4, 3, 2, 1, GO! T P Shams! Ich muss nicht draufziehen! 3, 2, 3, 1, GO! Jaaaa! Jaaaa! Das war vier Fehler, Alter! halb elf und wir sind an einer ganz bestimmten location. Erkennt ihr die Leute? Erkennt ihr die? Ich hoffe die Blogs sind bereit für die Ruhe vor dem Sturm. Ja geil, kann losgehen. Achtung jetzt wird es laut. Ok, der Rauch zieht nach links. Es ist auch gar nicht mehr so wittig jetzt hier. Übelgeil. Der Rauch steht, der steht bis hin. Achtung High Speed. Es ist heiß. Heiß. Verbrenn dich nicht. Ein Speedfire Work. Es heißt Speedfire Work. Die Grapple gut gesagt. All diese Sterne verlieben. Ein Speedfire Work. Also der Raketenschirm hat auf jeden Fall geblieben. Auf gehts. Es ist ein spieler Spieler. Ach, nix. Bei deinem Sprachl. Jaaaaaa, geil. Nice! Das waren doch die vom letzten Jahr. Sind die da ganz oben? Ich glaube schon. Boah, ich hab ihn nicht drauf. Ich muss jetzt den Zuschauer mit Böller versorgen. So, jetzt testen wir hier die Knisterteufel von WECO. Fontänen. Drei Stück. Alle auf einmal. Die mittlere fand ich sehr hübsch. Ja, 23 Uhr, let's go! Ja. 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 Ja, ich bin ja klar. Das ist ein Kreis. Ja. Das ist zerlegt, was? Oh mein Gott, habe ich mich verstanden. Ein paar Funke-Raketen. Auf geht's! Oh mein Gott! 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 Zeig mal, was hast du da? Ich hab mir überlegt, ob wir das so ein bisschen verpeilt machen, weißt du? Ach du Scheiße! Du mühst dich nicht! Alter, das sieht so viel aus! Ach du Larry!' Den Erfolg! Ich habe keinen Mann! infirmiers! So Leute, jetzt gibt es für euch für den Vlog auch mal direkt einfach mal 500 Rauchbälle auf Schlag, Leute. Let's go. Let's go. Let's go. Hey, aber ich zünde die F1 und dann renne ich in mein Auto. Let's go. 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 So. So. Wir haben's jetzt. Lasst mich nicht lügen. 3 Uhr 23. Das war das Heftigste. Mit Abstand. Heftigste Silvester, was ich je erlebt habe. Ich dachte, letztes Jahr kann man nicht übertreffen. Man kann es übertreffen. Grüße gehen raus an alle Beteiligten heute von diesem Tag. Verbreitet diese Aufnahmen, Leute. Ich glaube, sowas gibt es nirgendwo anders in Deutschland. Halb vier und es kracht hier noch die ganze Zeit ununterbrochen. Und wir sind gerade... Wir sind gerade in einem gehoberen Industriefit. Ich brauche nicht mehr zu sagen. Ich beende damit den Silvestervlog 2021. Es war mir eine fucking Ehre. Danke. Danke Berlin. Danke an alle Beteiligten. Danke. Danke.